Bei mir ist was eingeschlagen. Bei mir an der Schule. Hier läuft ein Nubi gerade. Bei mir an der Schule wurde jemand getroffen. Okay, hat sie nicht aufgehangen. Alles klar. Wow, hier liegt ein toter Spieler. Das ist ja richtig uncool, Alter. Vor allem hier, wo ich mich gerade so, wo ich meine Aufnahme testen wollte, liegt hier. Oh, der hat einen AK. Ist hier ein Spieler drin? Nee. Also hier ist schon mal Gier für dich. Okay. Was hat der so? AK-74. Und so ein bisschen was. Wird jetzt auf jeden Fall die AK geklaut. Und so. Okay. Boah, schnell weg hier, Alter. Oh, der hat kein Magazin. Ja. Ich habe schon mal ein CA-75-Magazin. Der hat auf jeden Fall schon AK geschossen. Weil damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Es sind ja nur 25 Spieler auf dem Server, ja. Mist. Zwei Rugs, aber nur zwei MP5-Magazine. Hm. Ich habe noch drei Magazine für den MP5. Ein Rack-Magazin. Ah, ein Rack-Magazin. Geil. Das ist sehr gut. Aber nur so ein kleines. MP5 wäre halt Hammer, ey. Also wenn du einen Rack-Munny findest, können wir mitnehmen. Ich habe einen Markar auf dem Magazin. Da ist ein 8 Schuss drin. Und da hat man 35 Schuss einzeln. Sehr gut. Aber das ist halt auch immer ziemlich unsafe. Hier vorne ist es schon. Okay. Wie handel ich, wenn jetzt hier jemand hier vor mir steht? Place hoch und Angst ballern? Ja, da liegt es. Da ist eine Weste, die will ich haben. Aber da liegt es ja scheiß drauf. Ähm. So, okay. Hab ich. Okay. Können weiter. Wir sind hier links zum Strand in den Busch. Okay. Jetzt sind sie da ja schon mittlerweile wieder hingekommen zu der Leiche. Wundern sich. Wo ist ja kein? Augen spottet was. Wo ist mich spottet. Okay. Okay, der ganze Shit liegt noch hier. Okay. Ist er bei den Booten oder was? Ja, so, da ist so, führt doch so ein Feldweg durch diese ganzen Büsche. Ja. Folgt dem Feldweg mal. Ja. Ich komme mir gleich entgegen. Ich bin da sozusagen gleich am Ende da vor diesem Turm, was da gleich kommt, in dem Busch, in den Büschen. Mhm. Da ist ein Spieler, hinter der Polizeiwache an diesen komischen Blechschuppen. Okay. Okay. Der ist full equipped, glaube ich. Ja, ich glaube, der guckt auf die Polizeiwache. Irgendwas ist noch in der Polizeiwache, glaube ich. Weil der guckt ja nicht umsonst da hin. Boah. Für die normale AK ist hier voll was am Start. Ist da ein Magazin drin? Ja. Oh, echt? Ja. Okay. Ein Trommelmagazin und ein normales. Ah, das muss ich mir mal angucken. Oh, ich muss was trinken, Alter. Unbedingt. Ich habe was. Lass uns mal woanders hingehen. Hast du das ganze Zeug? Ja, ja. Ich habe jedenfalls noch keinen Schuss gehört. Ich kann mir vorstellen, dass hier welche im Krankenhaus sind. Ja, da linse ich schon die ganze Zeit mal rein. Aber... Niemand gesehen. Holy shit, Alter. Fühle ich mich gerade unsicher. Hä? Ja, richtig, ey. Hier gerade grünes Haus, die roten Häuser. Habe ich jetzt nichts gesehen? Laufrichtung Dreherei. Mhm. Tätig. Krankenhaus. Ich habe noch keine Bewegung gesehen. Ich rück auch mal weiter zur Dreherei links vor. Ja. Wie gesagt, die könnten uns schon gespottet haben. Äh, ich bin jetzt an der Mauer. Dreherei. vom Krankenhaus. Hinter der Dreherei. War ein Schien. Hä? Hm. Bist du halt nirgends so safe in Elektro, ey. Meine Fresse. Ich hasse das PvP hier so dermaßen. Hm. Ich rück mal Richtung Polizei. Ja, ja. Ich auch. Ich rück Richtung Kirche vor. Ist halt nicht, wie ich mich hier verhalten sei. Bin jetzt im Hinterhof in der Polizei. In der Polizei. Hm. Pass auf, da war der Typ vorhin irgendwo. Hm. Wir müssen meinen Busch hier weg, wenn ich mal fragen darf. Das fällt mir ja gar nicht. Auto. Echt? Hör ich nicht. Ja. Kommt in Elektro rein. Oh ja. Was jetzt? Ja. Oh die Shit, fühle ich mich hier unsafe. Alter. Ich rück Richtung Einkaufsladen vor. Hm. Ich bin jetzt schon in der Polizei. Oh shit, hier steht halt die große Schule. Oh. Sag mal, lockst du immer leise? Ja, hier läuft jemand. In der Polizei oder was? Bei mir läuft jemand. Ich komme. Ich glaube eher so außen drum rum, aber auf der anderen Seite. Ich gehe mal in die Schule. Ich hoffe, ich... Hier ist keiner drinnen. Hallo? Auf jeden Fall Schritte gehört. Was ist das so bei den Garagen oder so? Müsstest du? Ich kann auf jeden Fall deine Tür sehen. Deine Fototür. Ja, das ist der Typ, den ich bestimmt vorhin gesehen habe. Der hutscht da hinten irgendwo rum. Du bist im Gefängnis und... Oh. Du schießt irgendwie was... Ist Pistolenortiges. Okay. Okay, ich fühle mich hier gerade safe. Wow, wow, wow. Ja. Bei mir ist was eingeschlagen. Bei mir an der Schule. Hier läuft ein Nubi gerade. Bei mir an der Schule wurde jemand getroffen. Sei rein, sag mal. Ah, okay. Ja, der ist jetzt hier bei mir drin. Bei mir ist jemand in der Schule auch. Der wurde jemand angeschossen gerade. Okay. Wird auf dem Dach oben oder so. Aber dann wärst du schon tot. Aber hier wurde auf jeden Fall gerade jemand angeschossen. Ja, ja. Oben über mir läuft was. Über dir läuft was. Ja. Rennt jetzt. Ja. Da ist einer mit rotem Halsack. In der Schule. Der rennt. Hier ist gerade jemand hochgerannt. Das bist nicht du. Nee, nee. Da ist jemand bei dir drin. Ja, ja. Hier sind zwei drin. Hier ist gerade ein Nubi hochgerannt. Mit Axt. Der atmet über mir. Der ist in dem einen Raum, glaube ich. Wo die Waffe immer drin spawnt. Geht man ins Eckhaus? Mhm. Okay. Aber ich glaube, der hat keine Waffe. Ja, ja. Kommt runter zu mir. Der ist, glaube ich, runtergerannt. Komplett runter, ja, ja. Ist hinten rausgerannt. Ja, ja, ja. Der hat keine Waffe gehabt. Nur eine Axt und einen roten Buhn. Ja, ich glaube, das ist der eine Nubi. So, der war aber noch. Da war noch einer. Der hat bloß seine Mütze getauscht. Da war noch einer mit rotem Backpack. Okay, dann ist der vielleicht noch hier oben. Ja, ja. Können wir bestimmt zusammen. Red doch mal mit dem. Ja. Hm? Dann kommt denn sein Kumpelwitter und axtet mich. Ja, aber bevor er jetzt irgendwie... ...muss ich dumm... ...übern Haufen ballert, jetzt, äh... Ich... Ich renne aber da raus hier. Das ist der gleiche, aber es kann gut sein, dass noch einmal noch einer in der Schule hockt. Okay, ich sehe dich. Wollen wir so Richtung Feuerwehr? Ja. Hinter dir? Ja. In der Place lege ich mich liebend gerne im Nahkampf an. Die gleichen Voraussetzungen. Äh. Auf der Schule kann natürlich auch immer jemand liegen, ne? Ja. Ich bin jetzt so am Todesbrunnen, so. Hinter der Mauer bei der Kirche. Da bist du jetzt? Ja. Okay. Ich bin oben am Jagdhaus. Überhaupt der Feuerwehr. Ich renne mal hier unten rum. Ich muss jetzt mal ein bisschen Schüsse spotten, jetzt, hier. Wo seid ihr? Okay, jetzt stehe ich erst mal safe, ich hab keine Ahnung. Hier oben ist ja ein Schrottplatz, sehe ich gerade auf einmal. Das ist neu. Mhm. Sind jetzt vor dem roten Haus hier? Mhm. Ja, hier kam der Schuss irgendwo her. Ich renne jetzt direkt über die Straße. Ja, ich renne gerade oben auf den Bergraum, weil ich die Schuldach mal kurz checken wollte. Ja, da liegt auf jeden Fall keiner. Auf dem Schuldach. Ich bin am Bahnhof. Oh wow, hier ist ja ein Hammer. Ich bin jetzt dann so auf deiner Höhe. Ich sehe dich. Oh, Blaze. Ja, Blaze ist im Industriegebiet. Okay. Schießt hier irgendwo. Bürogebäude oder so. Hm? Aber auf was schießt die? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die auf dem Bürogebäude ist, weil da passt ja auch ein Long-Range-Scope und so drauf. Mhm. So könnte ein Sniper sein. Ja, mit Schnelltaste will er mal die Waffe wieder nicht switchen. Okay, jetzt gehe ich an meinen übelsten Safety-Ort 3000. Das ist er nicht, aber gleich. Oh, hier liegt ein Toter. Wo? Äh, Förtnerhaus. Oh, hier ist einer. Oh, der hat mich natürlich getroffen. Beine gebrochen. Oh, ich hör's. Ich bin tot. Zwei Leute. Scheiße. Safety-Ort waren die. Wir haben beide ne Blaze. Nee, einer ne Mose und einer ne Blaze. Aber ich hab den Eingriff noch einen verpasst. Den einen. Und ich jetzt halt wüsste, wo dein Safety-Ort genau ist. Äh, der ist hinter dieser Kneipe, die da am Bahnhof ist. Sozusagen. Ja. Wenn du da oben auf dem Berg stehst, ist rechts neben dem Flachdach so ein Mauergebiet. Ja. Und da drinne ist so ein Container direkt hinter einer Mauer. Ja. Äh, so ein Kanister, so ein Tank. So ein Geweiser. Ja. Da sind die zwischen Tank und Mauer. Da stehst du nämlich ziemlich safe. Da kann dich keiner wegholen, ey. Außer du willst halt rushen. Auf jeden Fall zwei Leute mit Mose und Blaze. Ah. Den einen hab ich sogar ziemlich zu 100% noch einen verpasst. Da ist halt nicht umgekippt. Oh krass, die mich getroffen haben, ey. Meine Fresse. Ähm. Ich hab zweimal auf den einen geschossen. Du hast nicht gestorben. Oh, er switcht halt einfach nicht im... Äh. Mit Schnelltasten, das war kacke. Äh, ich kann mich nirgendwo umbringen. Ich bin ja ziemlich scheiße gespawnt. Nimmst du auf, Johnny? Ja. Können wir ja so machen, wenn das jetzt... Wenn ich da jetzt nicht mehr spawne und du jetzt da die ganze Action hast, schick ich dir das. Wenn ich da jetzt mal gut spawne. Ich muss grad eher mal gucken, wo die sind. Äh, okay. Boah, das war überraschend, ey. Meine Fresse. Ich hab gedacht, der Flash ist zwar viel weiter weg noch. Schießt die irgendwie... Schießt die Dauerfeuer, wenn man da drauf bleibt, die Rack? Ja, ja. Oh, die verzieht übel. Also unterschätzt die nicht. Mhm. Also lieber Dings nachladen. Ja, ja. Also auf Entfernung Einzelschuss, weil Dauerfeuer streut die so dermaßen. Direkt bei einigen Wochen natürlich wieder, es war aber doch so klar, ey. Meine Fresse. Gleich noch davon gekommen. Das Gute ist, dass die Zombies alle auf sich ziehen. Du kannst dich halt nicht wegholen, Johnny, wenn die dahinter stehen bleiben. Außer halt, da hast du ein kleiner Schlitz direkt unten an der Mauer. Vielleicht die Füße oder so. Oder halt von dem Flachdach links, aber da musst du auch direkt an die Ecke da legen. Und dann kannst du die alle wegholen. Aber sonst gibt es keinen Platz. Hey, die fallen aber auch nicht um, gell? Muss verrecken, nicht. Ich glaube, der Mosenschütze war sogar in der Ecke. Ich war nämlich nur einmal in diesem Füllchenfang. Und der Mosenschütze war rechts in dieser Mauer-Ecke. Darum hat er mich nicht um getroffen. Die ganze Zeit. Oh, jetzt habe ich einen anderen hier. Scheiße. Das hat jetzt natürlich noch jemand angezogen. Der hat jetzt mit Pistole auf mich geschossen. Boah, ich hatte einen Leck. Kann sein, dass die dich gerade in dem Moment ohnmächtig geboxt haben. Ja, wohl, die hatten einen Stein vielleicht. Ah, Stein. Oh, was ist denn hier? Oh, geil. Ist ich schon tot? Ne, aber bestimmt bald gleich. Boah, ich habe so viel in die Reihen geholzt, ey. Haben sie jetzt aber wenigstens nur Loot für einen. Vielleicht sind sie auch beide noch im Leck gestorben. Ich renne da jetzt hin. Ja, probier's. Die haben noch nichts gehabt. Ich habe eine Farming Hole gefunden. Und die sind auf jeden Fall ziemlich grau. Na, wenn du schon ohnmächtig bist, wenn du noch ohnmächtig bist, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen. Ich bin immer noch ohnmächtig, ja. Wo waren die? Wo waren die? Hinter dem Kasten? Also wo der Container ist, da ist ja daneben nochmal so ein Häuschen so. Und da im Eck. Okay, okay. Warte mal, wo lagen die Waffen? Ich habe schon nicht zugehört. Waffen liegen am Partnerhäuschen, aber da ist keine Munition. Fuck, okay. Okay, hier rennt ein Nubi hinter mir. Okay, hier liegst du ohnmächtig, hier ist keiner. Okay. Ja, die sind tot. Aber ein Zombie schlägt dich. Ah. Wer redet da mit mir? Ja, hier ist einer bei mir. Ja. Ich habe den ohnmächtig geboxt. Okay, die sind beide tot, oder was? Nein, danke, ich brauche deine Hilfe nicht. Ja, ja. Ey, das ist ja so laggy. Krass. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht schlagen, ich wollte die Zombies schlagen. Ist da? Ja. Oh, ich blute. Aber ich bin ausgezogen. Ja, ich sehe es. Also einer hat auf jeden Fall den Gier geschnappt. Der ist noch nicht tot da. Ich kriege den irgendwie nicht tot. Er steckt wieder tausend Schläge ein. Okay, dann ist einer von denen gestorben und der andere hat sich mit dir verpisst, ha? Hm. Hm. Immer noch ohnmächtig, Mensch. So, bye, mein Freund. Beim nächsten Mal brauche ich vielleicht deine Hilfe, aber jetzt nicht. Ach du Scheiße. Was liegt denn hier alles für eine Scheiße rum? Okay, das ist kein Typ, das ist ein Zombie. Holy Macaroni, ey. Alter, dieser Farminger ist der größte Rotz. So, Fehler machen. Alle gleichzeitig looten. Hm. Da geht's schon los. Boah, da ist er. Oh. Da bist du ja, mein Freund. Hello. Der kommt ja nicht durch. Boah. Oh. Hast du ihn? Nee, nee. Der lebt jetzt nach. Der hat mir die Beine gebrochen. Willst du mich denn verarschen, alter? Warum brechen die mir immer alle die Beine? Ich bin tot. Ich hab die scheiß Axt nicht rechtzeitig rausgekriegt. Ich hab den da auch noch eine verpasst. Der hing halt da in dieser Mauer fest. Und ich wollte, dass er nicht wieder rauskommt. Der hat ihn aber natürlich wieder durch mich durchgeglitscht oder so ähnlich. Der hatte auch keine Munition mehr. Der hat ihn aber auch nicht mehr rauskommt. Wo denn? Oh, da ist jemand ohnmächtig. Geronimo. Okay, bin wieder da. Da ist jemand ohnmächtig, da schlagen Zombies auf irgendwas ein. Cool. Ich renne da jetzt hoch, Geronimo mäßig. Oh, und das Loot von dem. Wo sind die Kumpels von dem? Das macht mir jetzt am meisten zu schaffen. Jetzt haben sie ja gar nicht zusammen gehört. Oh, hier liegen zwei Tote. Vielleicht hat der Mosin Schütze die geholt. Hä? Das weiß ich nicht. Ich hab die AKM. Geil. Wow, 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 ich bin voll equipped. Crazy shit. Scheiße, ich kann nicht schießen. Ja, dann such dir gleich mal einen safe Platz, lock dir gleich mal aus. Ja. Wo ist das ungefähr? Der ist tot. Okay, ich renne weg. Direkt auf dem Feldweg oben. Das führt zum Feldweg unter diesen Heuballen. Scheiße, ich wär grau, Mann. Ich verhungere. Okay. Okay. Okay, jetzt, wenn du auf der Hauptstraße weiterläufst, ich weiß nicht, ob du das Gier krallen willst, was ich abgelegt hab. Ich will ja nicht. Auf jeden Fall, wenn du auf der Hauptstraße weiterläufst, da kommt doch als erstes die Kneipe. Also das Ortsschild von Elektro, dieses komische. Und dann dahinter gleich die Kneipe. Und da links in der Kneipe ist so ein rotes Treppenhaus. So ein Oma-Haus. Wie haben wir das genannt? Keine Ahnung. Okay. Und links neben diesem Oma-Haus sind Holzmauern, Holzwänder. Mhm. Und dahinter hab ich das hingelegt in so einem Busch. Okay. Ich sterb jetzt gleich jeden Moment. Wo liegen die Leichen? Ich hab noch ein Traumelmagazin. Das muss ich auch noch ablegen, okay. Äh, die Leichen liegen halt oben direkt am Feldweg, so unterhalb der Heuballen. Das sind so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben hohe Bäume. So hohe, richtig hohe Bäume. So schlanke. Mhm. Einzelne stehen die auf dem, an dem Feldweg. Also ich bin auf dem Feldweg. Hä, wieso kann ich das jetzt nicht droppen? What the fuck ist das für ein Gier? Hat bestimmt die ganzen Humvees abgeklappert. Wo ist denn das Magazin jetzt hin? Hä? Ja, so ein normales hab ich auch noch hingelegt, ne? Ja, das Magazin ist irgendwie weg. Hab ich gerade doppelt geklickt, also nicht in meinem Inventar. Ist weg. Hm. Egal, ich hab hier drei Traumelmagazine. Eins noch halb voll sozusagen, eins fast voll und eins ganz voll. Und auch eins. Ich hab noch Munition getrockt. Wow, 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 danke. Kommen die wieder zurück ins Krankenhaus, oder was? Ja, die kommen zurück. Wenn die hinter der Mauer stehen bleiben, dann... Ah ja, ich seh sie. Einer ist da oben. Woah, hab ich gesehen. Ich bin aufdauen. Echt? Ja. Und das? Alter, das ist ein Recoil, dieser K. Wo kann ich ihn da jetzt mal hoch gehen? Wo bist du denn? Woah, bei mir rennt einer. Bürogebäude. Hier. Äh. Warte mal gucken hier. View Contents hier liegt vor dir. Irgendwo. Hoffentlich. Ja. Danke. Bitte. Da rennt ein Fullequip da rechts neben dir. Pass auf, Sebastian. Direkt auf der Wiese. Der hat dich auf jeden Fall gesehen. Der kommt zu dir. Der hat keine Waffe gezogen. Oh, ich glaub die gehören zusammen ey. Nicht wenn der jetzt seine Kumpels zu dir holt. Die sind auch nicht mehr auf der Straße da vorne. Oh shit, oh shit. Boah, das gibt's nicht ey. Der hat mich direkt... Das gibt's nicht. Mit einer Backe darauf hat er mich erschossen. Jetzt kommen sie. Jetzt bin ich mal gespannt was jetzt hier passiert. Dann knall doch mal welche ab. Warte mal, warte. Ich will mir das mal angucken. Ich will mir das mal angucken. Ah, die gehören zusammen, die Pfeifen. Ah ne, der hebt jetzt die Hände. Alles klar. Ich könnte die jetzt abballern. Du, ich hör die reden. Kann somebody kill the zombie oder so hat er grad gesagt? Ich hör die reden. Hey dudes, can you hear me? Ey, was ist denn das für ein kack Scope, man? Einer ist... Ich mach jetzt Offensive hier ey. Ich bin tot, ich bin tot. Er hat mich flankiert. War nicht mal so dumm. Ja, das waren viel. Ich hab gedacht, die waren alle viert nach rechts gerannt ey. Ich wurde doof. Ist doch nicht schlimm. Ja, ich hätte wegrennen sollen. Rennen ist auch gut für heute. Aber den einen hab ich glaube noch einen verpasst. Ich hab grad zu dem Moment geschossen, da hab ich Schüsse neben mir gehört. Schau doch ganz lustig, oder? Naja. Ich grad auch geämmt hab mit dieser Waffe ey, weil die so ein übelstes Recoil hat. Die macht einen halben Meter hoch und dann musst du erstmal wieder neu zielen. Neue Zielen. Schau. Schau.